Moin Moin und willkommen bei Frosty Pen & Paper. Ich mache mit bei der Sascha Huber 1 Millionen Liegestütze Challenge. Das bedeutet, Sascha Huber spendet einen Cent pro Liegestütze, die von uns gemacht wird. Wer ist uns alle, die mitmachen? Das heißt, ihr könnt euch da selber daran beteiligen und ich werde auch jemanden nominieren. Das heißt, ihr müsst so oder so mitmachen, aber jeder andere ist mit eingeladen. 1 Millionen Liegestütze wurden bereits geschafft. Wir sind jetzt gerade dabei, die 2 Millionen Liegestütze zu machen und darum soll es gehen. Ich schaue mal genau, wie viele ich schaffe, wie viele ich mache. Das schaue ich mir gleich mal an. Und ich werde nicht einen Cent spenden pro Liegestütze, die ich mache, sondern ich werde 1 Euro spenden. Mal sehen, was da so zusammenkommt. Ich weiß es selber nicht. Ich nominiere, das heißt, ihr müsst mitmachen, Markus Plötz und Michael Mingers von Ulysses Spiele. Ich weiß, dass euch die Kinder am Herzen liegen und das wäre nicht gut, wenn ihr Nein sagt. Ihr müsst mitmachen. Zudem Christian und Judith Vogt. Ich weiß, dass ihr mehr Liegestütze schäfte als Ulysses. Und ich nominiere Ben von Ben & Paper und ich weiß, auch du wirst mitmachen. Ja, und ich hoffe, so wird das sein Lauf nehmen und ihr nominiert ein paar andere Leute. Ja, ich freue mich, dass ihr mitmacht. Leitet das hoch auf den ganzen Social-Media-Kanälen und ich hoffe, dass unsere penandpaper.de-Blase da so ein bisschen mitschwimmt und wir so ein bisschen uns nicht nur sportlich betätigen, sondern uns auch noch gleichzeitig dabei was Gutes tun für die Kinder über UNICEF. Schauen wir mal, wie viel ich schaffe. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.